Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom H2 für die Playstation 2. Im letzten Part sind wir zu Jens ins Turm gefahren, haben mit ihm über einiges gesprochen und sind jetzt hier und holen uns neue Kleidung von drei guten Feen. Wir, Riku und der König. Es ist mir egal, wer diese Organisation ist oder was sie plant. Wir sind zu fünft, äh, zu sechst meine ich und haben nichts zu befürchten, oder? Kau, kau! So. Wir müssen sie drum bitten, ja? Bitten wir sie drum. Ja, ich bitte darum. Seht doch nur, wer hier ist. Sora, Donald und Goofy. Also, es gilt dir, ein neues Gewand auf den Leib zu zaubern. Überlass das ruhig mir. Also, das kommt nicht in Frage. Aber, aber, meine Lieben. Ich finde, meins war am besten. Unsinn. Ich bitte dich. Blau. Mensch, könntet ihr euch endlich mal entscheiden? Na gut. Also, alle zusammen, meine Lieben. Schluss mit dem Gezänk. Sieh einer an. Nein, wie wunderschön. Oh ja, er sieht wirklich sehr schneidig aus. Das sind keine gewöhnlichen Kleider. Sie verfügen über ganz eigene Kräfte. Nimm die Kugelzucker. Und sieh nur, was passiert. Zwei Schlüsselschwerter. Diese Reise wird doppelt so strapazenreich wie eure letzte. Oh, deine Kleider besitzen noch weitere Kräfte. Aber welche das sind, das musst du auf eurer Reise selbst herausfinden. Gut, ich werde mir Mühe geben. Vielen Dank. Und noch ein weiteres Geschenk wartet auf euch von Meister Jensen. Oh, ihr seid da. Wir bekommen den Sternensucher und die Heldenform. Eine der drei Formen, die es noch gibt. Ja, Drive, das ist das, womit wir uns verwandeln können. So, was bist du? Mir für den Tropfen. Ding. Äh, Feen, ich glaube, mit euch muss ich jetzt auch nicht nochmal reden. Ich tue es. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Was bist du? Ein Ding? So viel ausge- Äh... Zeug halt. So. Uns erwartet noch etwas von Jensesse, ein weiteres Geschenk. Ich weiß, was es ist und ich find's cool. Hey, das ist der Reise. Seid ihr Jungs bereit? Gemach, nicht so hastig. Dank eurer Bemühungen damals sind die Welten wieder in ihrem Ursprungszustand. Das heißt, die kosmischen Verbindungspfade sind alle verschwunden. Verzaget nicht, wenn das, was der König vermutet, wahr ist, haben die Welten neue Pfade vorbereitet, auf denen ihr reisen könnt. Diese Pfade können genutzt werden, nachdem spezielle Tore geöffnet wurden. Wie man diese Tore öffnet, zu meinem Bedauern, weiß ich es nicht. Das Schlüsselschwert jedoch soll euch den Weg weisen. Wenn das Schlüsselschwert einen Lichtstrahl aussendet, kehrt zum Gummi-Jet zurück. Wenn euch die Welten auch weit entfernt und unerreichbar erscheinen, so bleiben sie doch durch unsichtbare Bande verbunden, wie unsere Herzen. Unsere Herzen sind verbunden. So ist es. Verstanden. Doch seid gewarnt. Auf eurer Reise werden die Herzlosen und Niemande ihre eigenen Pfade verwenden. Korridore der Dunkelheit, um von Welt zu Welt zu gelangen. Sie könnten versuchen, diese dunklen Pfade mit den Toren zwischen den Welten zu verbinden. Das ist aber gemein. Nun denn. Somit wäre also alles gesagt. Geht jetzt. Sora, Donald und Goofy. Ihr werdet gebraucht. Na dann. Auf geht's. Meister, jetzt sind... Vielen Dank für all eure Hilfe. Meine Güte, was ist das? Haben wir das nicht schon mal irgendwo gesehen? Ja, meine Liebe, wem das Gewand wohl gehört hat. Oh, Malef! Nein, wir dürfen uns nicht an ihren Namen erinnern. Sie war eine böse alte Hexe. Oh nein, die Erinnerungen kommen zurück. Was machen wir jetzt? Oh, was machen wir nur? Oh. Oh nein, was machen wir denn hier allein? Oh nein, was machen wir jetzt? Nein, nein, nein. Wir sollten Meister Jens Hint Bescheid geben. Ja, das sollten wir. Schnell. Malefiz. Hallo Sora, kann mich mehr gesehen? Hier sind deine Lieblingsgummischiff-Ingenieure bereit zum Einsatz, Chip. Und Chip. Guten Flug. Nur eine einzige? Das ist gestorben. Aber die Welt kommt mir bekannt vor. Das ist Twilight Town und das da unten... Das da ist Hollow Bastion. Doch da fliegen wir dann erst zum nächsten Mal hin. Ja. Bis dann. Und tschau. Moment mal. Nein. Ist gar nicht wahr. Ich gucke mal kurz was nach. Kurzer Cut. Das wollte ich eigentlich sagen. Gott verdammt nochmal. So, weiter geht's. Ich habe mir kurz ein Meersalzeis geholt. Und werde das dann jetzt während der Sequenz hier essen. Landen in Hollow Bastion. Ich müde mich und esse meinen Meersalzeis. Malefiz! 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 Vielleicht haben sie sie tatsächlich besiegt. Und ein anderes Schloss habe ich auch erwartet. Kein Prunk. Kein gar nichts. Was wird denn jetzt aus unserem glorreichen Plan? Malefiz! Das ist Hollow Bastion. Wow. Hat sich ganz schön was getan hier. Ach so, weil ihr auch noch zu lange geht's gut. Oh je. Sieht aus, als erwarten uns hier einige Kämpfe. Ich bin doch den Steil jetzt nicht essen. Hm. Ja, mal noch ein paar Tutorials. Form-Abilities sind fix. Indem man den Level einer Form steigert, können diese Abilities selbst außerhalb dieser Form eingesetzt werden. In den Formen kann man eine zweite Waffe ändern. Angelegt werden. Ein süßes Wert mit Durchschlagskraft und einer Ability. Doppelte Durchschlagskraft und eine zusätzliche Ability. Aller Abilities und Stärke von beiden Waffen. Unter Items wähle Sora aus. Wähle eine Form aus. Wähle eine Waffe aus, die als Zweitwaffe angelegt werden soll. Die Ability der Zweitwaffe ist nur in dieser Form verfügbar. Gut. Was ist hier noch? Ah ja, Splitter. So. Hier haben wir jetzt erst unsere normale Waffe und hier die Heldenform. Wir können die jetzt leider nicht ablegen. Aber soweit wir eine zweite haben, könnten wir die auch ablegen und dann auch zu meiner normalen Waffe machen. Aber ich habe halt leider noch keine andere. Kleid, Moment mal. Okay, gut. Haben wir hier noch was anderes? Elfentuch. Was, was, was das macht? Abwehrkraft macht es besser. Aber die Resistenz nicht. Nein. Nein. Hm. Hm. So. Donald. Ähm, dann kriegst du mal das Elfentuch. Als sonst habt ihr hier auch noch nichts weiter. Aus dem Pozen kannst du gerne noch einer haben. Und, äh, du hier. Das ist auch noch nichts weiter als dein Ritterschild. Ich auch nicht. Du hast schon drei Prozentsatz ausgerüstet. Gut. Abilities. Ja, das sind jetzt die ganzen Form-Abilities. Erstmal unwichtig. Status. Ja, jetzt ist ja auch neu die Heldenform. Und in Gimini's Tagebuch gibt es natürlich auch einiges Neues. Überall sind immer Goofy, Sora, Donald. Und ich würde sagen, dass ich das immer so mache, dass ich mir jetzt Gimini's Tagebuch anschaue, wenn wir mit einer Welt fertig sind. So, Twilight Zone fehlt noch einiges. Ja, ich habe mich halt in der Stadt nicht weiter umgeschaut. Mach ich später nochmal. Hier sind jetzt nur noch neu Carlo und Malefiz. Und natürlich Sora in seinem... Nein, äh, äh, Sora in seinem neuen Outfit. Yeah. So. Ach ja, wir haben... In Twilight Zone... Ah. Äh, noch hier in Sid. Flora. Fauna. Und Sonnenschein. Die gehören also noch dazu. Ja, hier noch ein bisschen mehr Geschichte. Und so... Eigentlich auch unwichtig, weil wir haben es ja gerade erst miterlebt. Album. Hier ist ein neues Bild. Das Verwachen. Und... ...des Königs Lehrmeister. Und wir haben alle Karten gefunden. Yay. Das... Dieses Mickey-Symbol daneben bedeutet, immer alles gefunden. Und sonst gibt es hier noch andere Charaktere. Nämlich die Margueries. Ja. Und Herzlose haben wir noch. Den Schattenlorch. Und... Jetzt... Klar, klappt es halt. Gut. So. Jetzt. Äh... Sind wir hier in Hollow Bastion. Und Hollow Bastion ist cool. Wir können erst mal einkaufen. Wir haben ja noch ein Elfentuch und ein Schattenkettchen. Dunkeres ist Resistenz merklich. Und Angriffskraft ein bisschen. Könnte ich mir bei Zeiten mal kaufen, tue ich es jetzt noch nicht. Du hast Accessoires. Ach, Ability Ring. Ist da was? Davon kaufe ich mir jetzt mal einen. Um den... Mh... Goofy auszurüsten. Wie komme ich nochmal? Ach ja, so komme ich ins Menü. Gott. Hab schon total vergessen, wie ich ins Menü komme. So. Viel Spaß mit dem Ability Ring. Gut. Dann haben wir noch... Dort einen Laden. Mit der Hammerrute und dem Adermannschild. Ja. So. Haben die beiden schon mal eine neue Waffe? Ich hab kein Geld mehr, aber das ist ja kackegal. Höh... Goofy. Adermannschild. Besser. Donald. Hammerrute. Besser. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch hoch. Da ist auch noch ein Laden. Äh... Und... Ah ja, das ist ein... Ah, Moment. Ja, ja, mach ich gleich. Hier aber erstmal noch den guten alten Dagobert. Dank. Onkel Dagobert. Äh, wer? Donats Onkel. ein ganz großer Geschäftsmann. Bevor die Herzlosen überall auftauchten, bereiste er zusammen mit dem König die Welten in einem Gummi-Jet. Sein Ziel war es, ein Transfersystem aufzubauen. Ein Transitsystem! Was soll der plötzliche Aufruhr? Oh, Donald, du bist es. Und Goofy, hallo zusammen. Fein, gut seht ihr aus, gesund und munter. Tu aber auch, Onkel Dagebert. Ach, schön wär's. Ich schaffe es einfach nicht, mein Lieblings-Eis von früher nachzumachen. Ich würde mich dumm und düsselig verdienen, wenn das klappen würde. Es schmeckt furchtbar. Leon und die anderen sind im Wohnviertel. Sie sind zu mir alle ins Haus gegangen. Leon, ich verstehe bis heute noch nicht ganz, warum er hier Leon heißt. Also, so ein bisschen schon, aber noch nicht ganz hundertprozentig. Eigentlich heißt er ja ein Feind, wenn sie acht Squall. So, hier haben wir noch so ein Zeug. Ich hab immer kein Geld. Und die Monkryshops sind sehr nett. Hier können wir nämlich Items herstellen, mit unseren Kristallen, die wir haben. Und ich muss kurz kratten. Ich bin nämlich nach wie vor erkältet und meine Nase hat wieder mal gesagt, ne, 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 ne. So, es gibt hier einige Sammelziele. Zum Beispiel bekommen wir, wenn wir eine Sorte von Materialien bekommen, einen Elixier. Und hier gibt es noch ganz viele andere. Und, ja, das ist die Liste von allem, was wir gerade haben. Das können wir hier dann immer so abgeben und so. Und wir können hier leider noch nichts herstellen. Wir haben hier keine Formel. Ja. Also gerade bringt uns das noch nicht viel. Aber wir können hier Items herstellen. Unter anderem auch richtig gute Items. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, würde ich sagen... Bestimmt. Hier sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Übrigens, die Kommando Box ist auch wieder eine andere. Bis dann! Und ciao! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!